So, willkommen jetzt zu einem neuen Video. Man sieht es ja schon, Kampf gegen Veridium. Ich habe es schon mal ein bisschen vorgeschwächelt. Und ja, ich kämpfe jetzt gerade. Man sieht eigentlich schon, ich habe es schon gefangen. Aber naja, TCBM-Pokémon hat mir das ja jetzt nachgemacht. So, Kampf gegen den Champ hat er gemacht. Das ist ja nicht so, als hätte ich was dagegen, aber... Naja, das hätte mir auch mal vorher einfallen können. Na vor allem... Es gibt ja von diesen vier Tieren, na keine Tiere, aber... Halt hier Cobalium, Terracium, Voidium und Keldeo. Finden ja einige, Keldeo ist der Anführer. Aber dabei ist der Anführer ja Cobalium. Aber das wird auch irgendwie gar nicht schlecht zum Ausdruck gebracht, dass Cobalium der Anführer ist. Also ich würde jetzt auch denken, Keldeo ist der Anführer. Aber Keldeo wirkt auch im Gegensatz zu den anderen ziemlich jung. Also Cobalium wirkt irgendwie am ältesten, dann Terracium, dann Voidium, dann Cobalium. Ne, dann Keldeo. Und hier, ihr seht schon, ein Kp. Aber das Mistvieh will sich nicht fangen lassen. Ne, nicht angreifen. Ich habe jetzt noch 32 Überbälle. Aber man müsste mal irgendwie so machen, wenn man alle drei von diesen... Alter. Wenn man alle drei von diesen Pokis hat, also Voidium, Terracium, Cobalium, dass man da zu irgend so einem Stein gehen kann, wo dann so Keldeo kommt. Und... Junge, es macht ein Eher. Naja, also ich habe hier nicht mehr Besonderes. Nur noch die Luschen, Latias und Kaiowem. Ich werde jetzt Latias rausbringen. Spät ist es denn? Es ist jetzt 19.05 Uhr. Junge, du dreckst es für Idiom. Ja, kann dein scheiß Angriff nicht erhöht werden? Bastard. Lass dich doch einfach fangen. Ich würde sie einschläfern, wenn ich könnte oder so, aber... Ach ne, nicht nochmal einen Timerball. Also ich habe jetzt mindestens schon 30 Bälle ausprobiert, weil... Ich hatte noch einen ganzen Vorrat. Aber es hat sich halt nach 48 Runden noch nicht mit dem Timerball fangen lassen. Was, du Bastard. Kannst mich jetzt mal. Ich habe dich eh schon. Wofür soll ich... Brauche ich dich dann zweimal in Drachenklaue? Bring's um. Tschüss, du Bastard. Mistvieh. Oh, haha. Penner. Was? Was will der Lärm? Telekinese. Telekinese. So Schrott. Ja, das war der Kampf gegen Wyridium. Das Wyridium ist die Straße entlang gelaufen und verschwunden. Tja, das kommt eh bald wieder. Oh, hole ich mir mal. Ja, also da war's das eigentlich schon mit diesem Video. Der Kampf gegen Wyridium. Ähm, ja, ich habe Wyridium. Ja, schon, also brauche ich das eigentlich gar nicht. Und, naja, Überheiler, toll. Also, ach ja, wer mal gegen mich kämpfen will, der kann das gerne in die Kommentare schreiben. Und da war's das mit diesem Video. Und tschüss. Und da war's das mit dem Video.